Um Uhr ausgeschlagen, fünfmal. Das heißt, wir fangen ganz einfach mal an. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich bin der Helge vom Baldi-Glues-EV und toure eigentlich mehr hinter der Szene rum. Weil für das Gekatsche habe ich einen Depp mal hingekauft, der hier schon... Wie lange, Ronny? Wie lange machst du das schon? 15 Jahre. So lange steht er schon und quatscht dummes Zeug. Tja, das werdet ihr noch mitkriegen. Manchmal weiß er auch was, aber meistens ist es dummes Zeug. Uli, fehlt hier noch was? Grundausstattungstechnisch, mein Mikrofon. Ronny, wo ist da? Ach ja. Jedenfalls, Ronny wird euch durch die Tage führen. Geht das Ding? Nein. Wie cool ist das denn? Ein Birofon. Liebe Besucher und Besucherinnen, das ist seit vielen, vielen Jahren immer eine willkommene Abwechslung. Letztes Jahr, Kinder, haltet euch bitte kurz die Ohren zu. Nein, ich kann es auch umschreiben. Es war ein primäres Geschlechtsmerkmal, was man mir als Mikrofon gebaut hatte. Und diesmal ist es ein Bier. Davor war es eine Gurke, vielleicht ist es nächstes Jahr eine Banane. Und wenn ich so weitermache, verzögert sich das Programm heute. Helga hatte eben gefragt, wie lange ich das schon machen darf, mit euch zusammen diese schönen vier Tage Musik zu zelebrieren. Ich habe 15 Jahre gesagt. Ich gebe ganz offen zu, ich weiß es nicht. Weil man wird vergesslich im Alter und deswegen halte ich diesen Zettel in der Hand, den ihr übrigens selbst euch besorgen könnt. Und nebenan bei den Informationsdamen, von euch aus gesehen links, gibt es diese Programm-Falthefte. Dann müsst ihr mir A. nicht zuhören und kriegt B. verlässliche Aussagen, wann was losgeht und wer was tut. Ich persönlich habe nicht so wahnsinnig viel Ahnung vom ganzen Geschehen. Deswegen fange ich einfach mal an, euch den heutigen Künstler zu erklären, respektive vorzustellen. Das ist ein extrem guter Musiker. Und das Lustige daran ist, A. er kommt aus Kiel. Einer meiner Lieblingsstädte. Apropos Kiel, ist jemand Fußballfan? Das ist mager, brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten. Da ist ein... Ja, ist egal, jetzt bin ich raus. Also, er kommt aus Kiel und er bedient alleine diese gesamte Ansammlung von Instrumenten. Und das wäre ja auch noch einigermaßen lustig oder normal, wenn er es gelernt hätte. Hat er aber nicht. Er ist kompletter Autodidakt. Das heißt, er hat sich das beigebracht selber. Und ich war begeistert, als ich eine Hörprobe genommen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Heißt herzlich willkommen, Lokalmatador nenne ich ihn immer. Frank Plagge für euch. Frank Plagge. Ja, danke schön. Das ist ein hell, nicht so viel Beifall und noch nicht Eintrugen gespielt. Tut mir leid für die Frauen in der ersten Reihe. Ich muss so sitzen. Das ist jetzt keine Provokation. Also, es ist einfach, ich muss so. Nicht noch ein Foto machen jetzt. Das ist jetzt aber ein bisschen fies. Ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal ein bisschen dezent an. So praktisch, damit auch die Leute, die in der ersten Reihe nachvollziehen können, was jetzt probiert. Ich spiele auch gar nicht so viel. Eine Dreiviertelstunde. Und so wird es wieder da. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Die Dreiviertelstunde. 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 zu sponsoren, ich habe es nicht vergessen, ich bin stolz auf mich, ich habe den Sponsor nicht vergessen. Meine Damen und Herren, heiß herzlich willkommen, Big O in the Blue Quarters, Big O! Danke, Sir. Hallo, Leute, wie geht's euch da? Ja, gut. Ja. Ja. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier zu spielen. Wir sind glücklich, dass wir hier zum Glück haben. Wir haben eine große Bühne, die wir heute hier haben. Ja. Oh, ja. Wir wollen uns zu sprechen, wir wollen uns zu spielen. Wir können uns zu spielen, die wir uns zu spielen. Wir können uns zu spielen, mit einem unserer eigenen, die, 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 die auch für uns. Meine Frau, sie ist mir. Alright. Freddy, wenn ihr bereit seid. Alright. 1, 2, 3, 2, 1. Musik 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 Baby, I need your mommy, I need your cigarettes, and your booze. Thank you so much. Thank you, thank you. Ihr seid zu gut. Ihr seid zu gut. Und ihr seid gut drauf und das ist auch richtig so. Hat jemand den Künstler, der jetzt kommt, schon mal gesehen? Ihr habt ja wahrscheinlich alle die Heftchen durchgelesen, was jetzt passiert. Es ist selbstverständlich für mich, der ein ausgewiesener Experte ist, nicht leicht gewesen, Informationen einzureisen. Der Mann kommt aus Pocoa Beach in Florida und hat dort in der Szene ziemlich viel Külfobor besorgt die letzten Jahre. Er ist in Frankreich extrem bekannt. Daran liegt es auch, dass die Band, die gleich mitspielt, aus Frankreich kommt. Und er selber ist das erste Mal hier. Und es wäre natürlich extrem cool, wenn wir zusammen gleich ihn willkommen heißen. Zu diesem letzten Konzert des ersten Abends des 29.10. Internationalen Bluesfestes Eutin der Blues Baltica. Am Ende, nämlich ungefähr um 11.00, spätestens, hört dieses Konzert auf. Und anschließend, noch einmal sei es gesagt, ab 23.30 Uhr findet etwas im Brauhaus auf der gegenüberliegenden Seite statt. Eutin, seid ihr fertig? Ja! Okay, heiß-herzig willkommen in, all the way from Pocoa Beach, Florida. Hier he is, Josh Miller in Bad Mould. Josh Miller! Hey, thank you. Thank you very much. It's a great point of honor for me to be here for you tonight. This one, uh, this is what we always start off with. This is a honky-honk. 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 Musik 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 You know people been asking me huh they've been asking me Who are you guys? Yeah, I'm Josh Bitter I'm from Cocoa Beach, Florida Where you played? Where do you play there? yeah I played there I play in higher class joints Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017